Es wird halt ziemlich rageig hier. Oh, an mir vorbeigeschossen. Ich werd nicht mehr. Ja. Oh. Ficken. Ficken. So, einmal quer über die Map geschossen. Vielleicht treff ich ja was. Das ist nicht mal so unwahrscheinlich. Yes, Treffer. Nein, das war meiner. Ich hab ihn nie geklaut. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich echt. Weil ich die Punkte gekriegt hab. Ich auch. 25? Ich auch. Ich hab Taddy getötet. Dann war's kooperativ. Teamwork, ne? Wir nehmen ja auch zusammen auf. Ja, natürlich. Wir arbeiten zusammen. Also, wenn ihr einen von uns zweien seht, also... Wir spielen immer zusammen. Dann wisst ihr, was los ist. Dann wird's gefährlich, Freunde. Aber ganz gefährlich. Yes. Ins Auge. Ins Auge. So, noch einen getötet. Das sind aber eins zu eins die Maps vom Black Ops. Echt. Ich glaub's nicht. Fuck. So, geh weg hier. Alter. Mit was hast du mit... Mit der Axt. Mit der Axt schon wieder. Minus 50. Oh. Das gibt's ja nicht. Alter, ich spawn und werd sofort getötet. Willst du mich verarschen? Ich mach nur Punkte, 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 Punkte. Echt. Es geht auch. Zurück. Glaub es mir. Eieiei, muss ich mal gucken. Boah, ich bin schon wieder Drittletzter oder so. Alter. Sonst spawn ich drei Meter weg vom vorherigen Ort. Sorry. Ja, macht ja nix. Kann ja mal vorkommen. No, Axt von Bluff. Wie er mich da trifft, das gibt es doch nicht. Nein. Na, geht doch. Das Ding ist ja auch... Woher wissen die, dass ich da schon... Dass ich da komme? Das ist ja das Schild. Ja, das ist schon... Ja, weil man das Schildchen leicht sieht. Nein, dass ich da spawnen, meine ich. Ach so. Ja, das ist schon komisch. Die rennen mit angezogenem Bogen permanent rum. Aber wie? Die müssen doch kriegen eigentlich. Ja, eigentlich schon. Vielleicht haben die da einen Trick. Oder gibt es da extra Regelungen für die? Weil sie vielleicht mehr Punkte schon haben. Im Level aufgestiegen, so im Prinzip. Stimmt. Wenn das so... Eigentlich stimmt, ja. Na, endlich ist er tot. Oh, Menno. Ah, wir haben uns gegenseitig getötet. Auch nicht schlecht. Wir? Nicht wir, sondern ich und mein Gegner. Ach so. Nein. Ich habe mich selber umgebracht. Yes. Erwischt. Ah, dann springt er hier über die Brüstung. Ich werde nicht mehr. Nein, wer? Yes. Erwischt. Das regt so auf, ne? Ich bin auf einmal tot einfach. Ich weiß nicht mal, wer von wo oder... Wie? Einfach mit Skill. Oh, das ist ja volles Campernest da oben. Ja, ja. Alter. Ich habe jetzt viermal hintereinander denselben getötet. Da sollte ich mal Sorgen machen. Vor allem, weil er jedes Mal vom selben Eck rauskommt. Irgendwie pass... Geil. Irgendwie passiert nichts, wenn ich die Axt werfe, ne? Ich weiß nicht, woran liegt das? Keine Ordnung. Vielleicht, weil es dir keine mehr hast. Doch, doch. Ich werfe die, aber irgendwie passiert kein... Macht kein Damage. Hm. Komisch. Ah, die hat mich gemessert. Hey, ich habe eine Axt gefunden. Hast du die aufgehoben? Nee, ich komme nicht hin. Ah, scheiße. Yes. Erwischt. Sauber. Komm mal zurück. Eins gegen eins, komm. Oh, Mensch. Mensch, mein... Was soll der Scheiß? Oh, Mann. Aber wenn man so mal vergleicht, ne? Die sind echt nicht schlecht. Ja. Oh. Boah. Auf der Leiter mit dem Bogen erledigt. Ah, hart, ne? Irgendwie steigen meine Punkte nicht mehr. Ich mache Kills, aber ich kriege keine Punkte mehr. Irgendwie voll komisch gerade. Äh, ja, 215 Punkte habe ich. Ich 125. Aber ich komme auch nicht gerade höher. Ah, da steht 430. Wirf mal die Axt mit dem rechten... Oh, fuck. Rechtsklick oder links? Mit Rechtsklick. Okay. Aber bei mir passiert echt nichts. Also ich treffe sie ja. Die prallen ja ab, aber da passiert nichts weiter. Das ist ja das Problem. Alter, ja. Komisch. Die, die GTA-Runden sind immer ganz ohne Gleitcreme und alles verlaufen. Also ich weiß nicht. Äh, die haben auch so geflutscht. So, dich kriege ich. Ja, genau. Ich komme aus der Tür und der Typ ist schon am Zielen und Schießen, Mann. Ah, Mensch. Wollte ich hier hinterlistig agieren. So, weg bist du. Ah, hätte ich doch den scheiß Bogen losgelassen. Man muss ja nicht direkt treffen. Hat ja doch Explosionsschaden, der scheiß Ding. Mann, und die Camper da oben immer. Boah, ich gehe gleich kotzen. Ah. So, ich schleiche mal hier rum. Ich... Mann. Was denn? Mit der Schere gehe ich hin, aber da passiert nichts, ne? Klar. Ja, kommt vor. Oh, jetzt ist die Zeit vorbei. In dem Moment, wo ich wieder jemanden killen kann. Ist klar, ne? Ist klar. Ich bin Vorletzer. Ganz zufrieden eigentlich. So. So. Welche? Ich bin hier in der Lobby. Wo gehen wir jetzt hin? Äh, die 10? Äh, die 8? Ich würde sagen, dass wir erstmal die Aufnahme wenden. Ach so, ja. Okay, keinmal. Ja, weil ich mach die Runden eigentlich mal 10 Minuten lang. Äh, so. Ja, gut. Ja, da kann man ja cutten. Ja, gut. Ja, dann moderere ich mal ab kurz. Äh, also. Leute, das war's von dieser Runde. Ähm. Was für ein Modus war das jetzt? Äh, das war... Team Deadmatch, sag ich mal. Weil das... Rage. Rage, ja genau. Rage Mode. Rage Mode. Das war eine Runde Rage Mode mit dem lieben MG muss mit. Äh, sein Kanal ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, das war's vom Video und ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin hier, ich bin hier. Also bei mir läuft's auch weiter. Ach so, ja, ja, bei mir läuft's auch weiter. Tactics kann immer ruhig unterbrechen, aber ich mach hier weiter. Ach so. Ha? So läuft es bei mir. Ja, weil ich will ganz viele Aufnahmen hintereinander so, fertig, schnell, schnell. Ach so. Welche, 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 welche Ding willst du machen? Äh, drei. Drei ist noch ein bisschen leer. Ach so, du meinst die Lobby. Äh, warte. Ich bin nicht mehr drinne. Ja. Wieso bist du nicht mehr drinne? Bist du noch drinne? Nee, ich bin gar nicht drinne gewesen. Ah, okay. Okay, ich bin nicht drinne. So, dann machen wir sechs. Haben wir sechs schon? Äh, nee. Dann auf sechs, schnell. Downtown. Sch, 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 sch. Guck nach hinten, guck nach hinten. Was du immer langsamer spawnst als ich? Bist du langsam. Äh, ja, ich moderier mal an. Ja, mach doch mal. Was geht, Leute? Tactics ist wieder back mit dem lieben MG. Muss mit aus der letzten Folge. Kennt ihr ja noch. Äh. Willst du mal was sagen? Guten Tag. Moin. Für euch mal wieder. Bei mir läuft ja die ganze Zeit alles weiter. Ja, genau. Ihr könnt das Ganze bei ihm auch mitverfolgen auf seinem Kanal. Sein Kanal ist in der Kanalbeschreibung. So, wie es sein sollte und so wie immer eigentlich. Ja. Und umgedreht natürlich auch. Tactics ist natürlich auf meinem Kanal verlinkt. In die Videobeschreibung weiß ich noch nicht, ob ich dran denke zum reinpacken. Aber ich versuch's. Aber ich versuch's. Ähm. Das Ding ist einfach, dass ich ja zwei Kanäle habe. Einmal meinen Hauptkanal, Tactics Gaming und Tactics LP. Deswegen, das Ganze wird auf Tactics LP erscheinen. Jo. Also, falls jetzt ein paar Zuschauer von dir jetzt auf meinen Hauptkanal gehen. Untersuchen. Ach so. Was untersuchen? Untersuchen, durchsuchen, absuchen. Was geht? Yes. Kill. Ich hab irgendwie gar keine Gegner hier, ne? Ja. Und ich spawn genau zwischen zweien. Eins? Nummer eins? Mann, ich schieße vorbei. Mann! Ich geh ficken. Wie? Like a pro, ne? Ich bin echt. Ich bin einfach der Heftigste. Ganz einfach. Ja, du spielst auch mehr Shooter als ich. Naja, Minecraft-Shooter. Nur weil's jetzt ein Bogen ist. Ja, die Reaktionszeit wird schon besser. So ist nicht. Ja, klar. Selbstverständlich. Ist ja eh gigantisch, was ein Pro-Gamer für eine Reaktionszeit hat. Das ist nicht. Ja, ist echt heftig. Also, sogar besser als ein Formel-1-Fahrer. Und die haben schon eine heftige... Äh... Ups. Reaktion. Ja. Ja. Ich sitze hier heute irgendwie komisch auf der Leitung. Ups. Mit meinen Wörtern. So wie ich immer in meinen Aufnahmen, ja. Ja. Das passt schon. Das geht schon klar. Ja, ich gleich mich an dich an. Ich will ja nicht zu stark hervorstechen. Nicht, dass ich dir zu viele Leute wegnehme. Ach was, Mensch. Ich hab'n Run grad. Das läuft doch direkt. Oh, Mann. 5 zu 2 Kills. Und? Bei dir? Ich bin grad hinter dir. Ah, zu kurz. Bumm. Weg bist du. Zu wenig aufgezogen. Mensch. Ich krieg dich schon noch. Mit der Axt. Und dann sehen wir schon, wer hier Punkte verliert. Ach, der da schießt die. Oh nein. Von hinten die ganze Zeit. Das gibt es doch nicht. Das mag ich nicht von hinten. Das tut weh. Ah, Mensch. Geschirr benutzt man mit der linken Maustaste und nicht mit der rechten. Ja, das hab ich auch schon gemerkt. Das ist ja auch nett. Mit der Axt. Uch. Die kann man mit rechts auch werfen. Die Axt? Ja, ja. Aber ob sie noch was bringt, ist die Frage. Ja, stimmt. Auch wieder. Weil ich werfe und werfe und nichts passiert. Deswegen wundere ich mich. Angsthasenspielchen. Leute, bei mir im Hintergrund hört ihr das LP-Radio. Ich vergesse es meistens immer in die Kanalbeschreibung zu schreiben. Äh, ansonsten schaut mal bei den Leuten vorbei, geben sich eigentlich ganz viel Mühe für diesen, dieses, dieses, diesen Radio. Nein, dieses Radio. Diesen Radio. Ja, und den kann man halt immer im Hintergrund so abspielen lassen. Kennt ihr ja schon von mir. Also, wenn ihr auch ein Let's Player seid, dann benutzt es auf jeden Fall, weil ein Let's Play ohne Musik ist nicht so toll. Irgendwie nix. Langweilig. Ja, ich hab ja glücklicherweise meine Playlist gut ausgefüllt. Ja, du hast dir die Mühe gemacht. Äh, eigentlich nicht. Es war ein Versehen. Ich wollte ein bestimmtes Lied von Gronkhs Songs, also... Ja. Und hab aus Versehen den ganzen Kanal kopiert und, ja, dann hat sich, äh, Free, äh, Video to Audio gedacht, ich mach mal alle rein. Ja, dann hab ich auf einmal am nächsten Tag 1240 Lieder mehr auf der Festplatte. Ist doch super. Ja. Und alle Content-Frei. Was will man mehr, ne? Ja. Oder alle, fast alle Content-Frei. Alle kann man nicht sagen. Man, und dann steh da neben mir. Perfektes Aiming, ne? Und dann steh da neben mir. Du Feigling, du. Ja, Mensch, wenn du vor mir stehst, dann kann ich doch nicht wegschauen. Doch, wenn ich vor dir stehe, schon. Nee. Und dann gibt's Leute, die sind so krass mit dem Bogen unterwegs. Die schießen über die Map und treffen dich, ne? Ja, so ungefähr. Probier ich jetzt auch mal. Oh, komm, ey. Jetzt ist meine schicke KD wieder im Arsch. Das klappt sogar auf Entfernung. Was? Hab ich auch grad ausprobiert. Mit dem Bogen. Echt geil. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.